Hello, hello, hier ist deine Paragrafen, Sylvia. Sag mal, kennst du einen meiner Lieblingssprüche, der da lautet Versuch macht kluch? Ich trete bald meine jährliche Auszeit vom Nikolaustag bis zum 10. Januar an. Und ich möchte in der ersten Woche meiner Auszeit Versuch macht kluch machen, nämlich einen Entscheidungsworkshop online für vier Tage. Da gebe ich dir morgens zwischen 8 und 9 45 Minuten eine Tagesdosis zum Thema Wie treffe ich die richtigen, besten Zack-Zack-Entscheidungen für mich, die auch nachhaltig halten. Wenn dich das interessiert, schreib mir bitte eine Privatnachricht, denn ich möchte diesen Workshop füllen und das soll knallen und das soll euer Weihnachtsgeschenk für euch sein, dass ihr 2022 ganz, ganz anders startet, als ihr 2021 beendet. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt gesund und schreibt mir eine Privatnachricht. Deinem Paragrafen, Sylvia.